Sonne satt über Lüdenscheid und seinem Stadtfest. Zum 40. Mal wurde auf dem Rathausplatz in Lüdenscheid das große Fest der Vereine unter dem Motto vom Bürger für den Bürger gefeiert. Tausende Besucher strömten also auch wieder an diesem zweiten Septemberwochenende an, um bei bestem Wetter die angebotenen Köstlichkeiten der Vereine zu genießen und dabei das klasse Bühnenprogramm zu verfolgen. Auf drei Bühnen gab es für die Zuschauer neben den Showeinlagen der Vereine ein erstklassiges Musikprogramm zum Feiern. Auf drei, eins, zwei, drei. Ein großer Applaus für SIDRA. So ein richtiges multikulturelles Fest hier in Lüdenscheid und alle kommen miteinander klar und das macht eigentlich so den Charme des Stadtfestes aus. Was natürlich so sehr schön ist, dass so viele Vereine hier sind, auch ausländische Vereine und dass die alle sich so gut verstehen und uns gut harmonieren. Ja, dass man Bekannte trifft, die man seit langer Zeit nicht gesehen hat. Und wenn das Wetter schön ist, dann ist es am Stadtfest immer toll. Die erste Fressalie ist die Tüte Fritten. Ich genieße den Tag heute, das super Wetter, leckeres Essen, federweißer. Ja, lass mich ein bisschen inspirieren, was Lüdenscheid zu bieten hat und freue mich auch hier auf einen netten Abend mit ein bisschen Musik. Das wird immer nachhaltig sind. Okay. Und I know how to save a life. Ich gehe heute nach raus, endlich wieder tanzen geht. Das Herz an Herz gefühlt, wie der diese Hitmus spürt. Dann kommt dieser Mann und passt ihn von der Seite an. Und lüftet mir so, wie man nur so schön sein kann. Deine türkis-blauen Augen, wenn ich heute Nacht kein Kuss weit traue. Nein, ich habe dich total in Stau. Mein Herz ist blind, wenn ich dich sehe.